Kuriose Fakten. Ein Inder hat sich eine Corona-Maske aus Gold fertigen lassen. Sie kostete ihn schlappe 3600 Euro. Wenn man die Spiele der Nintendo Switch ableckt, schmecken diese bitter, damit Kinder sie nicht runterschlucken. Der meistgesuchte Begriff bei der Suchmaschine Bing ist Google. Ich weiß nicht, wie man Google sucht. Also bingig ist. In Bulgarien bedeutet Kopfschütteln ja und Nicken nein. In Indien gibt es bei McDonalds kein Rindfleisch. Viele Burger werden aus Chicken gemacht, weil Hindus aus religiösen Gründen kein Rindfleisch essen. Weltweit gibt es nur zwei Menschen, die die Coca-Cola-Formel kennen. Und genau aus dem Grund dürfen diese beiden Personen niemals zusammen reisen. Weil falls etwas passiert, stirbt da nur eine Person. 1867 kaufte die USA Alaska von Russland für nur 7,2 Millionen Dollar ab. Nach heutigen Maßstäben wären das um die 120 Millionen Dollar. Was aber immer noch ein Schnäppchen ist. Weltweit gibt es aktuell 500 Städte mit über einer Million Einwohnern. 113 davon alleine in China. Die Chance Bar in Irland ist die älteste Bar der Welt. Sie existiert nachweislich seit dem Jahr 900. Bei Renovierungsarbeiten in den 70er Jahren wurden Artefakte aus der Zeit gefunden, die untermauern, dass die Bar schon so alt ist. Die Iren waren also wirklich schon immer am Saufen. Genau wie Menschen haben auch Enten je nach Herkunft Akzente. Musst du dir mal vorstellen. Es könnte also sein, dass sich nicht mal alle Enten untereinander verstehen. Das ist verrückt. Like und folgt mir für mehr.